Ich weiß, wer ich bin. Wenn wir mit Ihnen fertig sind, würden Sie nicht mehr David Webb sein. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles. Dass du dich an alles erinnerst, heißt nicht, dass du auch alles weißt. Erzähl es mir. Wir wurden gerade gehackt. Könnte schlimmer sein als bei Snowden. Die Gesichtserkennung meldet einen Treffer. Oh mein Gott, das ist Jason Porn. Warum taucht er jetzt wieder auf? Vor dem griechischen Parlamentsgebäude ist eine Demonstration. Ich denke, sie will darin untertauchen. Sie haben dich aufgespült. Wir müssen weg. Er hat Dinge gesehen. Er weiß Dinge. Was ist, wenn er gar nicht hinter uns her ist? Wenn es etwas anderes ist? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Alles wegen einer Lüge. Hier ist Jason Porn. Wir müssen reden. 32 Tötungen. Die Menschheit ist sicherer durch das, was sie getan haben. Sie werden niemals Frieden finden. Nicht, bis sie sich selbst eingestehen, wer sie wirklich sind. Die Menschheit ist sicherer durch das, was sie dann ver- Wie ist es? Sie können nicht, wenn man nicht hinter uns küsst.